Der Kerl, der da oben auf der Bühne sitzt, ist nicht allein, kein Solist. Er ist das Werk von vielen, die ihm Gedichte zugeschickt haben, die das Klavier mit ihm geschoben haben, die ihn ermutigt haben. Ich will sprechen. Ich will, dass das Schwarze in mir weggeht. Ich will das Glas einmal austrinken, damit es sich neu füllen kann. Ich will das Glas einmal austrinken, damit es sich neu füllen kann.